Heute haben wir zwei Versionen von Butch-Bischau. Und jetzt zeigen wir die Version Nummer 2. Also von dieser Seite und dann von der anderen Seite, bevor wir das Kassel machen. Eins. Zwei. Drei. Okay, andere Seite. So first we are winding it from the other side. Oh. Let's go. Eins. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Version 1. Let's go. 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 Back on the side. Sie kann stehlen. Sie kann mit Zwirsch oder von Bach kommen. Es ist interessant hier, dass Maja zeigt, dass du zwei Optionen von Sprechpanzer hast. So eine ist, dass du mit dem du willst, von Sprechpanzer. Und die andere ist, dass du sehr schnell aufhören kannst. So von hier, cover dich. Und dann steppe es wieder. Okay, so step number 3. Sie kann hier sehen, ich krumm auf ihr Blatt. So, um zu reduzieren. Und jetzt kann ich... Ich kann... Ja, ich krumm meine Blatt zu ihr. Und sie will nicht sein. So, sie beginnt zu bewegen, um meine Blatt zu bewegen. Und ich move die Blatt weg. Und weit... ...over da. Und ich bin in ihr Face oder in ihr Left Ere. Das ist die Target. Okay, so das ist Version Nummer 1. Version Nummer 2. Das ist ein bisschen mehr Elegent. In meiner Meinung nach. Simon kamen mit das. Es ist mehr aufhören und aufhören und aufhören und aufhören. So... Let's do das wieder. Wir beginnen mit der Blatt. So... 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 Das ist es für heute. Danke, Liga. Und... Danke, Liga. Danke, Liga.